Ich will die hier einholen. Danke, danke, Christian. Alter, wie laut. War das bei euch auch so laut? Sieht ein bisschen aus wie Nightmare on Elm Street, oder? Enter the hotel. Start your new game. Start new game. Save current game. Game stats. Review sites. Watch tutorial intro. Machen wir das Tutorial oder, ähm, oder gehen wir direkt drinnen? Okay, das war mega laut. Gut, äh, leave the hotel. Oh, das klingt schon mal gut. Ah, man. Hm. Hallo? Wo, äh? For mich. Español. Jimmy und it. Was ist denn dit? Die ID. Was weiß ich denn? Äh, kann ich hier? Ach so, da war ein... Audio-Lautstärke-Coup. Ey, es geht nur noch lauter? Ey, mir platzt gleich die Ohrtrommel. Wie ist das? Tinnitus direkt. Ah, nee, Alter, ich hasse euch. Äh, Tutorial ist langweilig. Helligkeit anpassen. Schnelles verlassen. Hm. Okay. Die Geschichte von Jimmy Hall. Findet Jimmys Geheimnis raus, indem du Geister über die Sachen befragst, die du findest und somit Zusammenhänge herstellst, die die Geister zum Auftauchen veranlasst. Jimmy wird sein Bestes versuchen, dich daran zu hindern, die Wahrheit herauszufinden. Die Ohrtrommel. Wer kennt sie nicht? Ähm, ja. Ich hab keine Ahnung, wie das Spiel läuft und was man da machen muss. Ich hab keine Ahnung, wie das ist. Ohrtrommel. Was ist das? Leave me alone. I know you make me laugh. I can't keep it a storm without my last night. Come out! Hello? Alter, ist das eine Miet? Alter, es ist Hannah. Hannah, where are you? You all went off and left me behind. Where are you now? What's this number? We've all booked into this hotel up the Red Hood. How far away are you? I don't know. I'll have to call when I get there. You can't. There's no signal. Well, it doesn't matter. Just go to bed, Hannah. Well, listen. Make sure you're a bit of a... See you a hotel. Moin, grüßt euch. Ding, ding. Hi. Ich hätte gern zu machen. Ah, Maya. Ich presume. Oh, don't be alarmed. Your friends booked you in. Let me just check. Ah, yes. Room 101. It's all been paid for, so you don't have to worry about anything. You're very nice friends. Very nice. And there's quite a few of you I see as well. Nice to see so many fresh, young faces. For a change. You're here for the music festival in town, I presume? Yeah. We were supposed to be camping there tonight, but... There's hardly weather for that, is there? Will you be staying for breakfast? I don't think so. We'll probably just get going. That's fine. And if you don't mind me asking, Maya, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight? Starts around midnight, usually. It's me doing it, actually. Comedy. I do this comedy character called Hugo Punch. He's sort of this comedic sociopath. Says things that you're not supposed to say, and that sort of thing. It's quite popular with students. I don't think so. We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm on this? It's okay. I'd rather just go to bed. Sorry. Fine. Fine. Which way are the rooms? Just take the lift. You're on the first floor. Okay, thanks. Oh, and then drop your key off in the box, if you will, Maya, please, tomorrow. Okay. Best show in town, the note-takers. Who needs proper entertainment when you've got YouTube or MyFace or whatever? Stupid, uncultured... You guys have like rooms, too. They're naughty. Don't start this again. I don't want to hear it, okay? Not tonight. Naughty children are bad eggs. They need to be taught a lesson. Shut up. Just shut up. You always do this. They're paying customers. They haven't done anything to you. Just leave them alone. Bad eggs need cracking. Whack them hard and crack their shell. Kick them down the stairs to hell. You know what you need to do, Jimmy. Show them who's boss. That's the way to do it. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Oh, God, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 Du kannst nicht wissen, was du bist und erzählst dir allen, dass du deinem Gehirn hast, was du bist. Ja, oder? Seaview Hotel hat ein dunkle Vergangenheit. Gern nicht. Seine Geister haben eine Geschichte zu erzählen. Use the Ghost and Spirit Receiver to talk to them. Benutze den Geist und Spirit Empfänger, ne? They will tell you Jimmy's Secrets. Good. But Jimmy must hide the truth. Hallo Carina, grüß dich. Wieso steht er eigentlich die ganze Zeit verlassen mitten im Bildschirm? At all costs. Buongiorno. Das ist das Gerät, das gefunden hast. Wäre das auch so das Einzige. Nachricht schließen. Das kann die Stimme der Geister wahrnehmen, wenn du nah genug bist. Nee, kein Tutor. Oh Gott, ist das eine furchtbare Sicht. Öffne das Menü. Äh. 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 Töne. Fingeranweisung, Beschreibung, Spielanweisung. Gibt's hier? Spielspeichern. Schnellen. Eieie. Ich find dieses... Hier, wenn das... Nee. Ja, dieses... Diese Schlieren, die sind ja furchtbar. Oh nee. Ah, ich spiel nur mit der Maus. Okay, okay. Nein, ist es nicht. Ist es nicht, Carina. Du musst einen Kompass und einen magischen Spiegel finden. Okay. Hallo. Hallo. Kann ich hier nicht rein? Hallo. Doof, ne? Immer noch zu. Ne? Wo bin ich jetzt hier? Der Rohlichtkeller. Kann ich da auch irgendwie? Kann ich da auch irgendwie... Das Geräusch bedeutet, dass ein Geist mit einem hohen Energiezustand in der Nähe ist. Ist jemand da? Doof. Wo bin ich da? Wenn du Spirits kennst, kannst du ihnen Fragen stellen. Ja, okay, okay. Rufe nach... Als ob ich das mach... Ey. Wieso sollte ich das jemals tun? Okay. 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 Alles gut. Gehe ich jetzt nach oben oder gehe ich da lang? Hier ist noch eine Tür. Okay. Ich mach... Kann ich nicht reinkommen. Was war hier? Oh Gott, ist das dunkel. Ah. Spilo. Wie kann ich denn irgendwas hier anfassen oder nehmen? Oh, diese Musik macht mich so fettig, ne? Zu dunkel. You better not duck. Ah, danke. Ich soll einen Kompass und einen magischen Spiegel finden. In den Zimmern. Okay, ich nehm auf jeden Fall jetzt nicht den, äh... Den Fahrstuhl, das wär ja bekloppt. Alter, ist die Grafik immer so? Das macht einen ja richtig fertig. Perfekt. Nee. Nein. Okay. Hier kann ich auch nix machen, ne? Ich trinke erst mal ein Schlückchen, ne? So, wie lange spielen wir denn schon, hm? Okay. Okay, 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 okay. Dann gehen wir mal hoch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dumm, dass ich direkt hier lang, gell? Hä? Kann ich... Hier runter? Erst mal weiter hoch. Okay. Ich hab drei Etagen. Ist das wirklich so heftig? Seit 10 Minuten spiel ich circa, okay. Ah. Ah. Komm ich hier irgendwo rein? Oder? Hä? Soll ich das jetzt machen? Ich bin noch nicht mal angefangen. Ich bin schon lost. Hier ist jetzt wieder ein Keller, ne? Guck mal hier. Guck mal nochmal mal. Ja, ich weiß ja... Oh, warte. Wollt ihr mich eigentlich hier hinter? Ne. Ach so, hier war die Rotlichtgasse. Die Tür war zu. Die war... Hatte ich die probiert? Ja. Hä? Die war auch zu. Und das war die Küche. Da war nichts. Muss ich jetzt irgendwo schon einen Geist finden? Wenn, dann würde ich ja denke, hier, oder? Ist jemand da? Ich verstehe gar nichts in diesem Spiel, Alter. Hier war ich drin. Da ist zu dunkel. Da ist zu dunkel. Was ist das denn für eine Ausrede? Wieso kann ich da nicht rein? Oh nein. Ich habe da Angst drin. Einfach überall probieren? Hier war alles dicht, ne? Da unten auch dicht? Habe ich unten probiert gehabt? Jetzt würde ich mal einfach... Komm, wir gehen einfach mal zur Rezeption und rufen mal nach Jimmy. Vielleicht verrät er uns, wie es weitergeht. Oder ist das keine gute Idee? Ähm... Keine Frage. Jeden Raum haben wir versucht mit dem. Hier. Ja gut, theoretisch kann ja überall was gemacht haben, ne? Ähm... Ihr braucht mich jetzt nicht zu spoilern. Also, ich müsste nichts sagen, wenn das jetzt groß spoilert. Aber je häufiger ich den jetzt gesehen habe, wird der aggressiver? Oder ist das immer das gleiche Level? Und der wird nur aggressiver, je weiter ich im Spiel komme. Okay, zweiteres. Gut. Dann machen wir jetzt mal was Staues. Und zwar drehen wir uns so hin. Jetzt sehen wir alles, was vor uns passiert. Hey! I'm here! Down here! Das sieht auch nichts, oder? Ach, hier kommt er nicht. Muss ich den jetzt rufen, dass der mir hier Dingens aufmacht? This way! Jimmy! Hey! Kommt ihr im Treppenhaus? Wenn man flieht, macht man das? Hä? Das ist doch das Dümmste. Du willst doch verstecken. Nee, 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 ich will das gerade selbst herausfinden. Probier das jetzt hier nochmal eben schnell. I'm here! I'm here! Das würde doch auch nichts bringen, oder? Hä? Entweder muss ich jetzt schon dieses Geisterding irgendwie aktivieren. Ich fühle mich so lost und so dumm einfach, ne? Das ist noch nicht mein Rätsel, oh. Hier war ich überall, ne? Da ist zu dunkel. Rechts ist die... Spilo. Hier ist zu... Ne, hier ist die Spilo. Da hinten war die Küche, ne? Und da war auch zu... Hä? Da ist zu? Hallo, hier kann ich noch weit... Oh, ich bin so dumm. Hier waren ja die Fahrstühle. Oh, aber jetzt... Oh, nee! Ich will doch nicht die Fahrstühle. Erdgeschirr. Fahren wir mal ins... Fahr mal ins... Untergeschirr. Wunderbar. 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 Diese Schlieren, ne? Wirklich sind mal fertig. Ist da noch mehr? Ich dachte, ich gehe erst mal in den Keller. Boah, das Schlimmste passiert eigentlich immer im Keller, ne? Ja, danke, Flo. Such gleich mal einen Spiegel und einen Kompass.